Verstärkung? Wozu brauchst du Verstärkung? Zum Gucken? Ah, die Klappe. Kann ich nicht endlich mal von denen mir eine Waffe schnappen? Okay, komm. In your face. So, und dich jetzt auch gleich noch. Wunderbar. Sind jetzt hier überall Leute. Jetzt machen wir uns erstmal schlammig. Mhh, schön dreckig gemacht. Was ist denn, Cheat? Geh, stopp, warte, geh schnell. Das Leben eines Soldiers. Komm einfach her. Hm, kommst du halt nicht her. Weiß ich, wo ich hin muss? Oh ja, klar. Okay. So weit, so gut. Huch. Dö, 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 dö. Da drüben noch. Platsch, platsch, platsch. Okay, last time. I think we looked over here, here, maybe here. That what you remember? I don't know. Muss ich hin, hoch? If we miss something the first time, we should look at everything again. Yeah, good point. Okay, fuck now. I'll investigate. Geht ihr mal mit? Oh, warum geht denn da immer nur der eine? Das ist ja langweilig. Verstärkung? Wozu brauchst du Verstärkung? Zum Gucken? Okay, was soll das jetzt? Hallo? Aber ansonsten geht's euch noch gut, oder? Ja, mach mal. Ich bin schon nicht mehr da. Das ist halt das Coole. Äh, die sehen mich ja hier nicht. Ach so. Habe ich gar keine... Ach, ich habe gar keine Waffen mehr. Das ist ja jetzt so. Das ist natürlich mega ungünstig gerade. Äh, warte mal. Wo muss ich denn hoch? Übergegen, ne? Ja, hier. Einfach mal. Hallo? Ach, was ist denn? Ach, kommt. Ich glaube, der Trick jetzt nochmal. Okay, finde ich echt doof, dass ich gar keine Waffen war, außer mein Messer hat. Ja, die sind jetzt erst mal platt. So, dann machen wir den auch noch platt. So, Freunde. Ohne aktive Waffen. Nur mit Messer. Ich will ja mal nichts sagen, ne? Aber das haben wir relativ gut hinbekommen. Kann ich mir die Karte mitnehmen? Und warum ist sie da jetzt nicht hochgekommen von? Vorwärter Team. Warum the fuck are you still looking for that box? You have hostels in your area. About Dr. Dominguez. I don't give a damn about Dominguez. Find Lara Croft and kill her. Mhm. Da ist ja aber von weit gesprungen, ne? Ja, geht einfach mal. Obwohl, wenn ihr den hier liegen... Okay, da geht jetzt einer. Natürlich. Das hat er jetzt auch gar nicht irgendwie laut gemacht oder so. Wenn ich den... Ja. Ha 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 ha. So, wieder einer weniger. Und einmal nach oben, bitte, Lara. Ach so, ich bin wieder sauber gewesen, ja. Ist ja noch irgendwas interessantes. Ne, ne? Ach, guck. Da kommt doch einer. Geh doch einfach mal hin. So. Und den können wir eigentlich... Wäre schön, wenn wir den hätten ins Wasser klatschen lassen können. Aber naja, egal. Da, nächster. Puh, dann haben wir jetzt erst mal Ruhe, oder? Schön. Keiner mehr da. Mal sehen, wann die nächste Truppe kommt. Oh. Ist hier lang, ne? Was finden wir denn hier? Ach, Tagebuch. Ui. Oh, shit. Warum machen die alles kaputt? Warum, Leute? Nee, das ist nicht gut. Puff. Oh, das sieht sehr brüchig aus, der Fels. Okay, wir haben ein Lager gefunden. Ne, da wollte ich mich jetzt eigentlich nicht hinsetzen. Ich würde eigentlich das hier einsammeln. Okay. Dann sollten wir uns wohl doch dann da hinsetzen. Und mal sehen, dass wir irgendwas verbessern können. Ja, okay, kurz ausgeruht. Verbessern können wir nix, weil wir wahrscheinlich, also wahrscheinlich, weil wir die Waffen nicht haben. Nehme ich mal an. Hm, okay. Ach, das ist so ein Idiot. Der hat auch Honoratu gekillt. So kann ich mich jetzt also nicht verstecken. Wärmebild. Wärmebild. So. Perfekt. So, was macht ihr jetzt? Wer geht, oder was? Das ist nicht schlecht. Oh, okay, das sieht mich auch. Nee. Jetzt ist er unsichtbar gewesen. Das war jetzt wirklich in der letzten Sekunde, dass der unsichtbar wurde. So, der Typ hat auch Wärmebildkamera. Gucken wir von hier irgendwie an den ran. Gucken wir von vorn wird das... Ach ja. Uff. Jetzt geht er. Wo geht er jetzt hin? Warum geht er? Was? Ach Mist. Komm. Los, mach ihn platt. Das ist halt das Gute, dass wir trotzdem noch unsere Axt haben. Okay, komm. Kann ich nicht endlich mal von denen mir ne Waffe schnappen? Aber wenigstens ging das diesmal ganz gut mit der Kettenreaktion. Chain Gang. Ich dachte, ich komme dort irgendwo durch. Aber nee, hier kann ich mir nur auf Blaschen erstmal nehmen. Alles, was ich hier sammeln kann, habe ich schon... Toll. Na doch, ich komme dort durch. Nur nicht, wenn ich verfolgt werde, wahrscheinlich. Na toll. Ach, Mann! Ähm. Evening? Hä? Nein. Nein. Uff. Verknapp. So. Nee, geh. Geh mal wieder. Geh in die andere Richtung. Das ist ja nervig. Jetzt geht er in die andere Richtung. Oder guckt wenigstens. So. Boom. Boah. Okay, das war jetzt ein bisschen Glück mit dabei. Ich habe nämlich vorher auch nicht geschaut, ob der auch wirklich... bei allen außer Sichtweite... Boah, da kommt natürlich noch einer mit solchen... Wärmebildkameras. Aber die können mich, glaube ich, nur im Gestrüpp sehen. Nicht jetzt hinten hier an der Wand. Also durch die Wand können die noch nicht gucken. Nehme ich mal an. Wie sieht es bei dem aus? Der wird gerade von niemandem gesehen. Okay. Wo sind die jetzt alle hin? Ich würde da hier gern mal was einsammeln. Sehr gut. Natürlich. Den wusste ich erst mal. So. Wie reicht mir? Ach komm. Los, nächster Platz. So, komm. Okay, komm. Heil dich, heil dich. Ich möchte mal wissen, was euer Problem ist. Natürlich. Komm. Das ging natürlich jetzt wieder nicht mit dem Kettenangriff, ne? Aber naja. So, es hat, glaube ich, keiner mehr solche Goggles. Ja. Boom. Ach komm, da stand's doch gerade noch da. Okay, komm. In your face. So, und dich jetzt auch gleich noch. Komm. Meine Güte. Okay, da war noch was. Sehr schön. Das lief doch jetzt besser als gedacht, oder? Hier ist ganz schön Stress immer zwischendurch. Aber gut, ohne Waffen. Ich bin sowieso gespannt, wo wir die Waffen dann mal wieder finden, weil die sind ja eigentlich bei dem Angriff jetzt ziemlich verloren gegangen. Die mal irgendwann angeschwemmt werden oder sowas. Keine Ahnung. Laura? Sind Sie okay? War das der Waffe? Ich bin da in der Ölrefinierung. Alles bläht. Nein, Jonah! Get off this channel. What? They're listening. Okay. I'll find you. Okay. Das ist schon mal gut. Sie hat jetzt Jonah Bescheid gegeben. Er darf sich nicht mehr melden. Irgendwie finden wir doch sowieso immer alle. So. Ich glaube, wir müssen uns sowieso jetzt erstmal abseilen. Okay. Latsch. Hm. Was ist das denn jetzt? Es ist eine Recipe für einen Hallucinogen, manchmal in der Krieg benutzt. Cool. Jetzt habe ich wenigstens wieder einen Bogen. This should help. Perfekt. If I use this on my arrows, it could be an advantage against Trinity. Bestimmt. Okay, Freunde. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü